Hallo zusammen, das ist Letitza von Make it Up und heute zeige ich euch ein paar Produkte, die ich unter anderem auf Instagram gesehen habe. Und das ist mein Lieber Odi. Hoi, ich bin Tamara. Wir schauen jetzt mal die Produkte auf Instagram, ob die wirklich etwas taugen im Alltag. Mal schauen. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt. Das hoffen wir auch. Und viel Spass. Hey. Nachdem mit einem Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.